Ey, Guinness! Willkommen zu meinem Aufnahmetag. Ja, richtig, habt richtig gehört, Aufnahmetag. Ich muss jetzt da ein bisschen was pressen. Clash Royale! Ich habe eine Kirste, die ich öffnen kann. Lalalalalalalala! Ganz viel toller Kram. Und hier, zack. Und ja, ich würde gerne auch diese Kiste hier erspielen, also die Öffnung dieser Kiste. Und das würde ich jetzt direkt mal machen. Beziehungsweise erst zeige ich euch noch kurz den Clan. Schaut mal. Wir sind ganz arg voll im Moment. Läuft bei uns. Schaut mal, wir haben fast 10.000 Pokale. Ich werde jetzt mal eben die letzten ungefähr 400 holen. Ganz locker. Ich habe auch schon gegen Clan-Leute gekämpft. Alter, Verwalter habe ich auf die Fresse bekommen. Einmal gegen Siegbär war sauknapp. Alles andere, alle anderen haben mich ordentlich kaputt gefickt. Aber Siegbär, du Sack, es war so knapp. Ähm, easy piece, lemon squeezy, mo' fuck it easy piece, die... Oh, ich hasse es, dann direkt am Anfang in die Verteidigung zu gehen. Eigentlich bin ich doch der Angreifer, ihr Pissess. Äh, Leute, ich wollte gerade sagen, wir vielleicht mal jemand die Viecher bekämpfen, die auf das Teil schlagen. Morgen, Junge. Shit, shit, shit. So, Leute, ran an den Speck, kommt schon. Wenn ihr sich freuen. Oh, fuck, 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 der Ritter. Oh, Gott, die hauen gleich meinen Turm kaputt, schneller. Komm schon. Ich habe mir lieber rumgehilfen. So, die werden das garantiert nicht schaffen, aber ich kann ja schon mal einen guten Grundstein setzen, hier in der Zerstörung seines, dessen, dessen, des Turms da oben. Der wird gar nicht beim Turm ankommen. Denn die Alt-Bam haut nochmal ordentlich drauf. Gib dir mal richtig einen mit hier. Oh, da werde ich angerufen. Eine Sekunde. So, mein Freundin hat eben angerufen. Ähm, oh, Männer. Hopp, kommt schon. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Nein, 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 nein. Seven, six, five, four, three, two. Direkt nochmal die Überlegenheit hier bewiesen, verstehe ich? Gutes Spiel, mein Freund. 30 Trophäen eingesackt. Kein Problem für mich. Nur eine Krone ist schon ein Problem für mich. Guck mal, guck, da hat gerade jemanden Klant verlassen und dann ist direkt wieder einer reingekommen. Das heißt, ihr habt echt noch gute Chancen, in den Klant zu kommen. Haltet einfach die Augen offen. Und nach der Aufnahme werde ich auch schauen, ob vielleicht dann wieder ein Platz frei ist. Dann twitter ich direkt. Und jetzt, wo ich sage, auf Twitter habe ich gerade eine Nachricht bekommen. In Twitter. Ach, guck mal, da ist ein gutes Smash. Was schreibt, Wanderbock, hä? Nicht gesendet. Aha. Oh, scheiße, nein. Fuck. Da passt man einmal nicht auf. Und schon ist man gefickt. Scheiße, ich muss gucken, dass ich dem auch schnell was einreiß. Damit es bei Sudden Death dann auch schön hier weitergeht. Peace out. Das ist mal richtig kacke gelaufen gerade eben. Oh, shit. Okay, das Spiel werde ich verkacken, aber hart. Ach. Ach ja, er hat da einfach so einen Mogno gespawnt. Da so einen fliegenden. Das nimmt kein gutes Ende hier. Wenn der irgendwas fett ist, hier rein spawnt, bin ich weg. Ich muss ihn unbedingt dazu zwingen, dass er verteidigen muss. Sonst habe ich echt schlechte Karten hier. Okay, gut, komm schon. Komm, jawohl. Ich höre mir, der kann mir jetzt nichts entgegensetzen. Nein, der kann mir so einen kleinen Mongo da hinspawnen. Okay, der hat noch eine Bombe abschmeißen können. Alles klar, ich verstehe schon. Mistiger Mist, guck dir jetzt an, wie wenig Lifesand Turm da drüben hat. Den kann ich jetzt vielleicht noch geschwind einreißen. Nee, doch nicht. Ja, ha ha, warte den ein. Ich habe gerade nur nach rechts geguckt und habe das gar nicht geblickt, was ich da drüben mache. Four, three, two, one. You gonna die dama, friend? No, I'm telling you, you gonna die dama. Jetzt alles hier auf den Turm hauen. Dann ist er weg. Doch noch gewonnen, ich fasse es nicht. Habe ich schon gut gemacht, muss ich schon sagen. Ja, ich weiß. Und wieder 30. 30 Dinge erhalten. Und das nächste Spiel direkt. Kenn ich nix, kenn ich nix. Oh, lol, auf das, oh, so. Oh mein Gott, jetzt habe ich auch gerade viel zu schnell irgendwie gespawnt. Egal. Ah, ah, Mann, Mann, Mann. Das ist irgendwie blöd jetzt hier gerade der Anfang. Na, das gefällt mir jetzt aber mal gar nicht, was hier passiert. Nein, nein, nein. Oh, das war nicht schlecht. Ich konnte direkt seinen fetten Brocken, ich kann ihn direkt abwehren. Da kann mich erst nur zweimal schlagen. Alles klar. Shit, ey. Er hat einfach meinen Knilch gesprengt. Die hauen mir den Turm weg, ja. Fuck. Ah. Scheiß drauf. Und da kann der... Oh nein, oh mein Gott. Nicht scheiß drauf, ich werde sterben. Scheiße, scheiße, scheiße. Nein. Also, wenn ich das schaffe, dann nur ganz, ganz knapp. Okay, das habe ich noch mal im Griff, aber... Mann, er hat mir da oben irgendwas da vorne dran gesetzt, ey. Das ist zum Kotzen. Komm, ich muss nur einmal durch in diesen einen Turm noch abklatschen. Komm schon. Komm schon. Das wird klappen. Jungs, das wird klappen. Und Mädels. Bam. So, du sackiger Sack. Oh, oh. Was kommt denn da drüben angeschlappt, ey? Natürlich steht Bang Bang. Einiges kommt da angeschlappt. Einiges. Oh shit. Oh shit. Shit, 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 shit. Oh nein. Der Zeppelin. Oh, da noch so eine Atombomber. Alter, er haut mich fast weg. Krass. Okay, shit, das schaffen wir hier. Ich glaube, das kann ich auf keinen Fall mehr gewinnen. Er muss ja nur noch irgendwas auf meine... Auf meine Putze schlagen. Guck mal, wie ich bei ihm übelst abgehe da oben. Aber das wird nicht... Ne, scheiße, jetzt bin ich down. Oh mein Gott, wenn das viel unten ankommt, bin ich weg. Komm schon, stell die... Oh, da kommt die Bombe. Alter, krass, Mann. Okay, hat er verdient gewonnen. Okay, ich greif schon wieder, aber warum mach ich das? Oh mein, oh mein. Naja, vielleicht kann ich ihm jetzt direkt hier den Angriff erdrücken. Ah, vielleicht wird das was. Warte mal, vielleicht wird das was. Das war gar kein so schlechter Anfang. Die Geräusche, wie die Weiber rumgehilfen. Totally lustig. Oh shit. Oh, wie eklig, oh, wie eklig, oh, wie eklig. Komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl, nice. Die fette musste weg, die Zauberin oder was das da war. Ein Drache, natürlich. Aroma, oh, nicht. Ah, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich benötige die nächste Hütte, ja. Komm, komm. 15 life noch, das Ding. Ja. Okay, den ersten Ton haben wir mal eingerissen. Jetzt überraschen wir es einfach. Aber hart. Und so zerbröselt der Kekse mal. Komm, komm, ich will den 3-Sterne-Sieg und nicht irgendwie jetzt noch hier, äh... Nein. Nein. Renn, Ritterlein. Oh, was macht er? Er dreht sich erstmal irgendwie rum. Es dauert ewig, bis ich diese 10 Kronen zusammen habe. Komm, aber war ein gutes Spiel, mein Freund. Ich habe erst die Hälfte. Ich kann mich direkt falsch schmeißen, wesh. Ich habe erst die Hälfte. 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 Vielen Dank.